noch den sprung auf stockern wird es wieder platz 5 und geht sich der 240 ausgehen den er sich so wünscht persönliche bestweite 236 ein halb das war die zinsetzung es war der 40er 240 240 unwahrscheinlich wie viele das auch bedeutet du kannst es nachvollziehen es ist eine magische marke wieder jetzt so immer das ist aber generell das gefühl zu fliegen und über 240 natürlich im klub der 250er da gibt es ja ganz wenige aber erst im club der 240 super verdient verdient super saison von jan herrl bronzemedaille gewinner bei der weltmeisterschaft mit dem österreichischen team jetzt führt er herrl